Und deswegen, ähm, möchte ich jetzt ein neues Format in den Videos, äh, in die Videos halt reinmachen. Und das ist halt das, äh, Format sozusagen Top Comment. Das kommt immer einfach mal so in die Videos rein. Das heißt, äh, das Top Commentar mit den meisten Likes von euch, äh, wird drangenommen. Also das wird halt immer so eingeblendet. Das ist jetzt in diesem Fall, so, äh, jetzt habt ihr es gesehen. Mein Forscher mit dem, äh, Kommentar, äh, das ist ja die Community, die wir hier unterrichten. So, Leute, was geht abher sogar um zu einer neuen Folge Minecraft Minigames. Und heute mal wieder, ah, wieder, heute eine weihnachtliche Folge. Ihr seht auch schon, äh, hier mit Shader, äh, oh, das ist, wie heißt der von Frozen, dieser Weihnachtsmann da. Ganz cool eigentlich. Da mein PC in der Lage ist, mit Shader ziemlich gut aufzunehmen, hab ich das natürlich sofort mal, äh, genutzt, äh, die Möglichkeit. Und zwar hat mir, äh, gibt es jetzt eine neue Funktion. Und zwar bin ich gestern auf mein Video gegangen, hab gemerkt, alter, alle Kommentare werden gesperrt. Okay. Und genau dann, wenn, als es passiert ist, hab ich dann einfach erstmal begriffen, wie wichtig Kommentare sind. Und deswegen, ähm, möchte ich jetzt ein neues Format in den Videos, äh, in die Videos halt rein machen. Und das ist halt das, äh, Format sozusagen Top Comment. Moment. Das kommt immer einfach mal so in die Videos rein. Das heißt, äh, das Top Kommentar mit den meisten Likes von euch, äh, wird drangenommen. Also, das wird halt immer so eingeblendet. Das ist jetzt in diesem Fall, so, äh, jetzt habt ihr es gesehen. Mein Forscher mit dem, äh, Kommentar, äh, dass er die Community getrollt hat. Und ich werde auch, äh, wenn das Fragen sind, werde ich natürlich auch drauf eingehen. Also, die werden immer im Video noch beantwortet. Jetzt hab ich doch das angemacht. Okay, so, jetzt machen wir das aber wieder aus. Warte mal, was ist denn extrem? Okay, das ist aber echt extrem. Und wir spielen außerdem gerade Schneeballschlacht, wie ihr es wahrscheinlich auch gerade seht. Wir müssen hier Schneebälle sammeln und dann unsere Gegner abschießen. Ja, und das wird jetzt immer kommen. Also, liked fleißig die Kommentare, wenn ihr coole Kommentare seht, die euch vielleicht auch selber interessieren. Oder schreibt selber Kommentare, fragt eure Freunde oder so. What the fuck? Äh, fragt eure Freunde, ob sie dann hier ihr Kommentar hochliken können oder sowas. Komm, jetzt möchte ich aber auch einmal einen bekommen hier, ey. Das ist doch normal. Wie war's denn mit dem? Der ist doch schön alleine. Ja! Okay. Alles klar, was war das für ein Geräusch? Und jetzt wünsche ich euch erstmal ein frohes Weihnachtsfest. Eine besinnliche, besinnliche Weihnachtstage. Äh, Heiligabend ist ja morgen. Beziehungsweise, wenn ihr das Video schaut, ist es heute. Alter, what? Ich werd grad richtig durchgenommen. Ich muss mal so verschlürfen. Wie lange hat man denn Regeneration? Okay. Ja, gut. Äh, naja. Auf jeden Fall wünsche ich euch frohe Tage. Hoffentlich streitet ihr euch nicht. Und gut. Aber das Format Top Comment wird jetzt in jedem Video kommen. Also in jedem Video wird jetzt ein Top-Kommentar sozusagen vorgelesen. Aber im Moment ist es blau am Fühlen. Das fuckt mich grad ein bisschen ab. Also Leute, liked die Kommentare hoch. Seid schön aktiv. Ah, Mann. Die blauen sind aber echt nicht schlecht. Das ist noch ein gelber. Komm, kriegen wir den? Kriegen wir den? Kriegen wir den? Okay. Blau targetet mich. Finde ich gut. Und wenn wir eine Suppe nehmen? Ich nehm einfach mal eine. Okay, erstmal wieder ein bisschen Schnee sammeln jetzt hier. So, das können wir leider nur vom Boden aufheben. Ich glaub jetzt sogar gar nicht, weil Fight... Alter. Nein. Bitte nicht. Obwohl, ja, so. Hä? Alter. Yellow hat auch noch fünf. Ey, das gibt's doch nicht. Warum jetzt stirb, Alter? Ohne Witz. Das gibt's doch nicht. Damit er überlebt. Ja. Da ist einer tot. Nice. Okay. Weg hier. Leute, das wollte ich einfach mal sagen. Das mit dem neuen Format. Ich denk mal, das ist ganz cool für euch. Dann kommt er auch einfacher dran. So. Aber im Moment sieht's ja mit meinem Leben nicht schlecht aus. Bin ich der Einzige? Warte mal. Ich muss mich mal mit meinem Teammate zusammenfinden. Wo ist denn der? Da ist er. Okay, nice. So, du bist jetzt erstmal tot, mein Freund. Hau da rein, Digga. Hau rein. Hau rein. Hau rein. Alter, ey, stirb halt nicht. Ey, stirb halt nicht. Ist okay. Nee, nee, passt schon, Digga. Alles gut. Alles gut. Hä? Er stirbt einfach auch gar nicht, ne? Warte mal. Jetzt reicht's mir aber langsam wirklich mal. Ja, weg mit dir. So, zwei Kills. Das ist nicht schlecht. Okay. Okay, 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 okay. Wenn wir jetzt ein bisschen Geschick spielen, können wir das noch rein... Nein. Nein. Nein, du killst mich nicht mehr in Team-Match. Jetzt sind wir tot. Okay, wir... Ja, wir haben eigentlich Meteor... Jetzt kommen auch noch Meteoriten, Leute. Alles klar. Leute, äh... Es ist halt jetzt so eine weihnachtliche Folge. Es soll ja ein bisschen... Oh, so ein bisschen gechillter als hier sein, ne? Obwohl wir gerade eine Schneeballschlacht machen und Meteoriten vom Himmel fallen. Alles klar. Ist okay, ist okay. Ja, ja, passt, passt. Ja, ja. Ich finde ich jetzt nicht schlimm. Finde ich... Nö, nö. Passt, passt. Als ob es einfach Meteoriten vom Himmel fallen, Alter. Ich bin echt gespannt, was ich morgen zu Weihnachten so bekomme. Ich hoffe sehr stark auf ein neues Mikrofon. Äh, dann könnten wir... Oh, lol. Na, das war es jetzt aber wirklich. Ich glaube jetzt endgültig muss ich mal hier so einen Löffel ab... Nein, er hat auch nur noch einen her. Äh, ist auch nur noch einer im Team. Die einzigsten Bonzen sind hier die gelben. Wir müssen uns hier mal gegen die... Ein paar binden? Was bist du für ein Vollidiot? Jetzt mal ohne Witz. Alter. Verpiss dich. Ohne Witz. Was soll das? Ah, toll. Jetzt werde ich hier getargetet. Und bugge hier in der Luft rum. Okay, ich wurde von Meteoriten ganz dezent mal getroffen. Alter, das ist nur noch ein Schlag. Alles klar, Leute. Okay. Also Leute, ich wünsche euch noch besinnliche Tage. Okay, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut da rein. Und tschau. Bis zum nächsten Mal.